Amira Pocher lässt sich aktuell auf Bali die Sonne auf den Leib scheinen und verzichtet dafür auch gerne auf Klamotten. In ihrer Instagram-Story zeigt sie ihren Followern, wie sie die indonesische Insel erkundet und kurzerhand auf einer Schaukel Platz nimmt. Dabei trägt die Moderatorin einen schlichten grünen Bikini und offenbart ihren Hammer-Body. Von ihren beiden Schwangerschaften ist hier nichts mehr zu sehen. Der gutaussehende Mann, der Amira bei ihrer Erkundung begleitet, ist übrigens ihr Bruder Ibrahim, genannt Hima. Amiras Mann Oliver Pocher ist nach seiner USA-Reise, die ihn unter anderem zum Superbowl führte, inzwischen auch auf Bali angekommen. Er rettete Amira bereits vor einer Spinne. Ob wir nun wohl auch süße Pärchenfotos der beiden in der traumhaften Kulisse zu sehen bekommen werden? Eines ist sicher, der Spaß wird bei diesem Trip nicht zu kurz kommen und Amira wird dabei stets fantastisch aussehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schöne